Nach der Osterpause in der vergangenen Woche geht Let's Dance 2021 heute mit Folge 7, der mittlerweile fünfter Live-Show weiter. Auch wenn das April-Wetter derzeit wieder seinem Namen alle Ehre macht, heizen die prominenten Hobby-Tänzer dem Publikum heute mächtig ein. Die heutige Show steht ganz unter dem Motto Sommerparty, bei der die Kandidaten sich zu heißen Rhythmen übers Parkett bewegen. Bewertet werden die Leistungen wie gewohnt von der altbekannten Jury, bestehend aus Mozi Mabuse, Joachim Jambi und Jorge González. Doch auch die Zuschauer können beim Telefon-Voting mitbestimmen, wer es in die nächste Runde schafft. Mit welchen Tänzen versuchen die Stars heute zu überzeugen? Wir verraten es ihnen hier in unserer Vorschau. Let's Dance heute, Tänze der Kandidaten in Folge 7. Das sind die Informationen zur aktuellen Folge. Nächste Folge. Folge 7 von Let's Dance läuft am Freitag 9. April 21 ab 20.15 Uhr auf RTL. Tänze der Kandidaten. Nachdem Kai Ebel die Sendung in der vergangenen Woche verlassen musste, kämpfen nun noch zehn Promitänzer um den Titel Dancing Star 2021. Welche Tänze heute in Folge 7, der fünften Live-Show, gezeigt werden, erfahren Sie hier in unserer Übersicht. Ilse de Lange und Evgeny Vinukurov mit dem Tango zu Voyage, Voyage von Desireless. Valentina Pade und Valentin Lusin mit dem Slowfox zu Sunny von Boniem, Rurik Gislason und Renata Lusin mit dem Quickstep zu Summer in the City von The Lovin' Spoonful. Auma Obama und Andrzej Zibis mit der Rumba zu Kokomo von The Beach Boys. Simon Zachenhuber und Patricia Belaussova mit dem Jive zu Escape von Rupert Holmes. Nikolas Puschmann und Vadim Gabusov mit dem Charleston zu Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen. Erol Sander und Marta Arndt mit der Samba zu All Night Long von Lionel Richie. Micky Krause und Malika Chumef mit der Salsa zu Tequila von The Champs. Jan Hofer und Christina Luft mit dem Slowfox zu Summerwind von Frank Sinatra. Lola Weipert und Christian Polanz mit der Salsa zu Margarita von Wilkens. Let's Dance 2021 Alle Infos zu Staffel 14. Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung. Teilnehmer Diese Promis tanzen mit Let's Dance Kandidaten 2021 Wer ist raus? Alle Teilnehmer Profitänzer Diese Profis helfen den Kandidaten. Let's Dance 2021 Profitänzer und Profitänzerinnen Jury Hier stellen wir die Juroren vor. Let's Dance Jury 2021 Das sind die Juroren in Staffel 14. Übertragung und Wiederholung Hier gibt es die Infos. Let's Dance Übertragung im TV und Stream Ganze Folgen als Wiederholung Nächste Folge Das sind zu Let's Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit. Wir möchten wissen, was Sie denken. Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut C-Way zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.